Guten Morgen! Hallo, guten Morgen! Wir haben uns jetzt fertig gemacht und zwar wollen wir auf die Hole in the Rock Tour fahren. Was? Road Tour? Ich weiß gar nicht, wenn ich dich... Hole in the Rock Road! Genau, hab ich doch gesagt! Und auf jeden Fall machen wir uns dafür jetzt fertig und fahren dann mit unserem hier kleinen Chauffeur. So, wir sind jetzt im Devilsgarten angekommen und gucken uns jetzt hier ein bisschen um. So, wir sehen uns jetzt da die So, was wir dann nicht ganz anschaut? Ja, wir sehen uns jetzt! So, wir sehen uns jetzt schon mal! Und wir sehen uns jetzt auf den Weg in den nächsten Together- und in der nächsten Zeils? Was? Und wir sehen uns jetzt hier ein bisschen? Ja. Oh, wir sehen uns, weil wir jetzt das... Wir sehen uns jetzt, dass wir bei uns hierpriorien, Wundern, dann sehen uns dann aus dem Fall und dann zum letzten Mal schauen. So, wir sehen uns bei uns. Coole Gegend hier, oder? So, wir gehen jetzt den Trifog und den Peak Abow. Mama ist schon fast auf dem Weg hierhin gestorben. Halleluja! Ich kann euch sagen, die Wand da hinten sind da runtergekommen. Die war heftigst steil. Das Schlimme ist, die müssen wir nachher auch wieder hoch. So, wir gehen jetzt den Trifog. So, wir gehen jetzt den Trifog. So, wir gehen jetzt den Trifog. Wir sind jetzt auf dem nächsten Trail, der heißt Drivewalk Trail. Wir sind am Rückweg, da oben die Felswand müssen wir hoch. Sieht von hier unten noch ziemlich steil aus. Es ist mega, mega stürmisch geworden. Da hinten regnet schon. Ein paar Meter bis zum Parkplatz. Gleich haben wir es gepackt. Eieieiei, das war echt heftigsteil. Wir sind jetzt wieder zurück im Auto. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil es kam und es hat ein heftiger Wetterauschmunk von 0 auf 100. Und zwar fing es jetzt so ein richtig großer Sturm an. Und am besten sollten wir jetzt zurück, weil die Straße war echt nicht ohne. Da sind wir mal auf dem Parkplatz von der Willis Creek Trailhead. Und da sind wir mal auf dem Parkplatz von der Willis Creek Trailhead. Jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht. Jetzt geht es ab durch Wasser. Wir haben jetzt alle unsere Wasserschuhe angezogen, weil es wird jetzt nicht mehr zu verhalten sein, durch das Wasser zu gehen. Und das ist jetzt schon sehr nass. Selbst der Papa hat sich überwinden können und zieht seine Wasserschuhe an. Und das ist hier schon sehr nass. Oh, das Wasser ist kalt. Oh mein Gott, das Arm rät. Oh, das ist mir klar. Das ist hier. Oh, das ist mir klar. Oh, das ist denn das Sturm. Aber die Weltkriege. Die Weltkriege. Ich habe jetzt mit meinem Kreuz. Wie ist das. Wie ist das? 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 Musik Der Tag war natürlich sehr schön. Der Tag heute war das schönste. Ja und damit sind wir schon wieder am Auto. Da hinten durch die Hecke kann man schon wieder die Autos sehen. Fast da. Fast da. Fast da. Fast da. Fast da. Fast da.